Einen wunderschönen guten Tag liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Ich darf Ihnen jetzt unseren Mini-Clip MP3-Player vorstellen, denn dieser Mini-Clip MP3-Player ist mobiler Musikgenuss für Sie zum Anklippen. Ihren klangstarken Mini-MP3-Player befestigen Sie nämlich ganz einfach an Ihrer Jacke, an Ihrer Hose, an Ihrer Tasche oder überall dort, wo Sie das möchten. Ihr Clip MP3-Player ist kleiner als eine Streichholzschachtel und wiegt gerade einmal 14 Gramm. So ist er auch beim Joggen, beim Radfahren oder auch bei anderen Tätigkeiten Ihr perfekter Begleiter. Lassen Sie Ihr schweres Smartphone doch einfach zu Hause. Dank Alugehäuse hält Ihr MP3-Player sehr viel aus. Und kein Befestigungsklip hält er auch bei Bewegung sicher an Kleidung, an Taschen und an vielem mehr. Das Fliegengewicht spielt Ihre Lieblingsmusik flexibel von jeder Micro-SD-Karte bis 32 GB ab. Wenn Sie weitere Artikel kennenlernen möchten, dann laden wir Sie ein, einfach mal umzuschalten auf unseren Fernsehsender PerlTV 4K UHD. Zu empfangen natürlich über den Satelliten, in den entsprechenden Kabelfrequenzen Ihrer Region oder natürlich 24 Stunden rund um die Uhr im Livestream unter www.perl.tv. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem neuen Mini-Clip MP3-Player.